Musik 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 Wie? Jetzt eine Rauchmache? Du weißt ganz genau, das ist nicht gut für dich Das geht voll Aufs Merkenkostüm Nochmal Lass ein Zentrum bei dir und die Aufmerksamkeit Auf dem, was du willst Musik 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 Ja Es ist eine sehr interessante Zeitschnitte Es gibt viele Leute, die das kaufen Und Sie wollen mir helfen Meine Familie Wir haben nicht viel Geld Und Kinderschuhe Und Ja Stopp! Ich merke, wie ich mich voll verrauschen lasse Bei mir wirkt es voll Ich würde mir lange Kollegen ausreden, warum ich es nicht tue Und ich weiß nicht, was schnell dein Wenn man dann gewöhnt wird Ja, ich weiß nicht, wie ich da in ein Schiff gehen soll Ich Kann mein Zentrum Ich kriege es nicht ganz Ich lass mich ja wirklich auch nur geladen haben Weil ich dann meine Familie sein Gönnen Ich kriege es nicht Wenn wir zu beides kommen, dann weiß ich nicht, was ich sage Ich komme dann nicht hin Gib mir wieder den Teddy her Wütend Gib mir bitte den Teddy her Ohne Bitte Ohne Bitte Nochmal und richtig wütend Nicht so jämmerlich Gib mir den Teddy wieder her Nein Nein Lass mich doch nicht wundern, wenn der David dich hau Warum machst du denn seinen Tun kaputt? Der sitzt seit einer halben Stunde und baut diesen Tun Und du haust einfach ein Was soll das denn? Und der sah so weit Und der hat die Augen von Türen gelegt Gangen Oh my god Aber Mama Mama ist voll cool Das ist hier so geil Ich bin so löslich Komm Mama Merlin, du bist wütend Und traurig Du hast den Tun kaputt gemacht? Ja, da darfst du dich ja nicht runter Wenn du seinen Tun kaputt machst, was soll denn das? Wieso machst du dir seinen Tun kaputt? Wieso hast du seinen Tun kaputt gemacht? Nicht lachen! Warum hat er dich geraunen? Weil er einfach nur hat er dich da oben auf den Ton drauf gelegt hat! Nee, der hat dich geraunen, weil du so ein Tonkartier gemacht hast. Das musst du tun! Fangen wir mal an! Pass auf, wenn ich dich frage, der hat dich gehauen. Dann frag ich ihn einmal, warum hat er dich denn gehauen? Dann sag ich, du warst nicht seinen Ton kaputt gemacht! Im Moment, du musst es nicht so sagen, du warst nicht seinen Ton kaputt gemacht! Du sagst es halt so leise und schnell! Ich krieg die Idee, ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen mehr niederes Drama sein darf. Und ich merke, es ist toll zu spüren, wie ich in der kurzen Zeit gelernt habe, niederes Drama zu identifizieren. Und es ist mir jetzt manchmal schwerfällt, wieder reinzukommen. Ja! Ja! Ich weiß, den Text nicht mehr! Weg! Ich weiß jetzt heute, ich hoffe nicht! Ich weiß auch nicht! Zu Ende! Ich weiß auch nicht! Zu Ende! Wobei. Du bist frei! Da. in der Boxe und bis jetzt sind... Drei! Hier! Hörst du Scheiße! B changer! Warte, Drei! Schna trendy! Warte, Drei! Warte, Drei!